Hey, hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Sean und damit willkommen zu einem kleinen Tutorial zu Planet Zoo. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit dem Bau von Gebäuden, denn auch dort stellt uns das Spiel einige mächtige Werkzeuge zur Verfügung, die es leider nicht so wirklich erklärt. Deswegen habe ich in diesem Video einige Tipps und Tricks zusammengestellt, die es dir erleichtern können, schöne Gebäude zu bauen. Also, los geht's! So, da sind wir auch schon und wie ihr hier seht, ich habe hier schon ein Gebäude stehen. Das habe ich gestern Nacht gebaut, denn sind wir mal ehrlich, das Schwierigste am Bauen in Planet Zoo ist die Idee. Dabei, und das ist gleich die schlechte Nachricht vorweg, kann ich euch leider überhaupt nicht helfen. Die Idee, was ihr bauen wollt, müsst ihr leider selber haben. Wie ihr das Ganze baut, dabei kann ich euch helfen und das werde ich in diesem Video auch tun. Und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt mit den Grundlagen. Dafür öffnen wir hier unten einmal das Baumenü. Dort gehen wir auf den Architektur-Top und wie ihr sehen könnt, haben wir hier eine ellenlange Liste an verschiedenen Objekten. Diese unterteilen sich von Grund auf in zwei Kategorien. Einmal Objekte mit diesem kleinen Raute-Symbol hier und einmal Objekte ohne dieses Raute-Symbol. Doch was bedeutet das eigentlich? Nun, eigentlich ist es relativ einfach. Bei den Objekten mit diesem Raute-Symbol handelt es sich um Rasterobjekte. Die, wenn wir die hier einmal anklicken, seht ihr ja auch, haben so ein orange-gelben Raster außenrum. Das heißt, sobald wir hier ein Objekt platziert haben, können wir andere Objekte nur noch in einer Linie dazu oder im rechten Winkel bauen. Bei den Objekten ohne dieses Raute-Symbol handelt es sich um sogenannte freie Objekte, die, wie der Name schon sagt, frei von dem Raster platziert werden können. Dies bringt einige Vor- und Nachteile mit sich. Die Vorteile sind relativ offensichtlich. Wir müssen nicht auf das Raster achten und können die Objekte einfach dort platzieren, wo wir wollen. Das gilt auch für den Winkel und Rotation. Die Nachteile sind etwas schwerwiegender. Platzieren wir mehrere dieser Objekte, so bilden sie keine Gruppe, wie Rasterobjekte zum Beispiel. Im Endeffekt heißt das, wir haben mehrere einzelne Objekte platziert, die sich aber in keinem Gebäude befinden. Das tun sie erst, wenn wir vorher ein Rasterobjekt platziert und damit eine Gruppe erstellt haben. Soweit zur Theorie, kommen wir zur Praxis. Dafür suchen wir uns als allererstes erstmal eine Wand, die uns gefällt. Dafür gehen wir hier auf der linken Seite auf Wände, dann auf Wandelemente und scrollen durch die Liste, bis wir eine Wand gefunden haben, die uns passt. Für dieses Beispiel nehme ich die Ziegelwand. Durch kurzes Antippen der Y-Taste drehen wir die Wand um 90 Grad. Halten wir die Y-Taste gedrückt und bewegen die Maus nach links oder rechts, so können wir die Wand in einem 15 Grad Winkel drehen. Das liegt daran, dass bei uns die Winkelausrichtung aktiviert ist. Natürlich können wir die auch deaktivieren und somit den Winkel noch genauer bestimmen. Der Shortcut dafür ist übrigens die Leertaste. Haben wir dann einen Winkel erreicht, in dem wir die Wand bauen möchten, so bestätigen wir den Bau mit der linken Maustaste. Wie ihr seht, haben wir durch das Platzieren der ersten Wand eine Gruppe erstellt. Alle weiteren Objekte, die wir jetzt platzieren, bleiben in dieser Gruppe. Als nächstes suchen wir aus der Liste die Regebs Wand, mit der wir weitermachen möchten. Dabei handelt es sich um eine Wand, die wir in der Farbe anpassen können. Das können wir hier unten rechts tun. Wie ihr seht, haben wir hier eine große Auswahl an verschiedenen vorgegebenen Farben. Natürlich können wir auch noch etwas genauer sein, indem wir hier oben auf den zweiten Tab klicken und die Regler einfach nach unseren Vorstellungen verschieben. Ich habe aber schon mal eine Wandfarbe mir rausgesucht, die mir ganz gut gefällt. Also wähle ich die an und platziere die erste Wand. Danach machen wir einfach weiter und bauen so den Grundriss unseres Gebäudes. Wer jetzt gut aufgepasst hat, wird sicherlich festgestellt haben, dass ich an einigen Stellen Wände gebaut habe, wo eigentlich Türen bzw. Wände mit Aussparungen für Fenstern gewesen sein sollten. Um Wände abzureißen, markiere ich einfach eine Wand durch Klicken der linken Maustaste und drücke die Entfernen-Taste. Alternativ drücke ich einfach die rechte Maustaste. Um mehrere Wände gleichzeitig abzureißen, markiere ich eine Wand durch Klicken der linken Maustaste, halte Shift gedrückt und wähle eine zweite Wand aus und drücke dann Entfernen. Jetzt ersetzen wir die fehlerhaft gebauten Wände mit den richtigen und schließen so den Grundriss unseres Gebäudes ab. Jetzt kümmern wir uns um den ersten Stock und dafür nehmen wir eine neue Wand und ziehen die schon mal in das gleiche Raster und sobald wir der Wand, die hier schon gebaut ist, etwas näher kommen, seht ihr ja, erhöht sich die Wand automatisch in den ersten Stock. Das ist wirklich ein tolles Feature, möchte man meinen. Ich bin kein Fan davon, weil man einfach weniger Kontrolle über das Spiel hat. Außerdem funktioniert das nur dann, wenn wir einzelne Wände bauen, wenn wir mehrere Wände auf einmal verschieben können, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Also würde ich sagen, ja, verlasst euch nicht drauf, schaltet es am besten gleich ab. Um euch zu zeigen, dass es auch wirklich stimmt, was ich hier erzähle, machen wir das einmal. Wir wählen hier drei Wände aus, drücken dann STRG und D, um das Ganze zu duplizieren und ziehen das wieder an die gleiche Stelle und ihr seht, es wird nicht in den ersten Stock automatisch hochgehoben. Um das zu tun, drücken wir jetzt SHIFT, bis wir hier diesen kleinen grünen Pfeil sehen und dann ziehen wir die Maus nach oben und das tut die Wand auch und bestätigen dann mit der linken Maustaste. Wie ihr gesehen habt, das Ganze funktioniert nicht mehr mit dem automatischen Stapeln, deswegen kann ich euch nur empfehlen, das Ganze auszuschalten. Das Ganze wiederholen wir hier einmal und schon haben wir zumindest ein Teil vom ersten Stock des Gebäudes fertiggestellt. Das Ganze wiederholen wir jetzt hier auf dieser Seite, wo wir noch den ersten Stock brauchen. Das automatische Stapeln schalten wir ab, wieder SHIFT und hochziehen. Sobald wir SHIFT loslassen, wenn wir an der richtigen Stelle sind, bleiben später folgende Wände auf der gleichen Höhe bestehen. Das ist ganz wichtig zu wissen, das erleichtert uns nämlich einiges. Dann nehmen wir hier noch die Wand. Die Wand möchte ich übrigens etwas niedriger haben als den ersten Stock, den wir auf der anderen Hälfte des Gebäudes gebaut haben. Einfach damit wir so ein bisschen Abwechslung hier reinbringen und das haben wir jetzt auch schon. Als nächstes kommen die Dachschrägen, die müssen wir natürlich hier auch nochmal hochziehen. Und hier auch nochmal. Und in diesem Teil wiederholen wir das Ganze auch. Und schon haben wir eigentlich das Grundgerüst für unser Gebäude. Jetzt fehlt natürlich noch das Dach. Dafür gehen wir hier auf Dächer. Dann gehen wir auf Satteldächer und suchen uns eins aus, was uns gefällt. In meinem Fall nehme ich hier das ein Schieferdach. Und dann drehen wir das hier rüber und bringen das an die richtige Stelle. Da müssen wir kurz gucken, dass es auch wirklich die richtige Stelle ist. Ja, ist es. Und bauen das hier weiter. Wir bauen es noch ein Stückchen hier weiter, damit auch die obere Ecke geschlossen wird. Wie ihr hier seht, wir können auch einfach Teile ineinander bauen. Das ist überhaupt kein Problem. Das nutzen wir im Gegenteil. Einfach für unsere Zwecke aus. Im nächsten Schritt bauen wir dann endlich die Einrichtung ins Gebäude ein. Dafür gehen wir hier unten auf Einrichtung und auf die Mitarbeitereinrichtung. Und dort suchen wir uns zum Beispiel einmal die Tierarztpraxis aus. Rotieren wieder mit Y und bauen die hier einfach ein. Und in den größeren Teil nehmen wir den Mitarbeiterraum, den wir auch nochmal zweimal rotieren und hier einbauen. Und schon ist unser Gebäude fertig und kann auch von unseren Mitarbeitern genutzt werden. Natürlich sieht das Ganze noch ein bisschen kahl und steril aus. Darum kümmern wir uns jetzt. Dafür zoomen wir etwas weiter hinein, gehen wieder ins Baumenü, gehen hier auf Alles und sortieren einmal nach Holz. Jetzt könnten wir uns natürlich wieder durch die ganze Liste scrollen, so lange bis wir das Teil gefunden haben, das wir verwenden möchten. Da ich aber weiß, dass ich den Balken verwenden möchte, suche ich einfach nach ihm und da haben wir ihn auch schon. Ich nehme mir den 4 Meter Balken bemalt, damit ich ihn einfach farblich anpassen kann. Das mache ich jetzt auch. Der Farbton gefällt mir, den habe ich mir vorher schon ausgewählt. Und von jetzt an haben wir eigentlich drei Möglichkeiten, was wir machen können. Möglichkeit 1 ist einfach mit der Maus an die gewünschte Stelle gehen und mit Linksklick den Balken bestätigen. Das Ganze machen wir mit STRG und Y einmal rückgängig. Das ist nämlich nicht das, was ich machen möchte, einfach weil es sehr, sehr unpräzise ist. Die zweite Möglichkeit wäre, dass ich jetzt einfach mit dem ausgewählten Balken auf X drücke. Und dann erscheinen hier diese drei Pfeile. Das wird auch einfach von unseren Spielern das Gizmo genannt. An diesen Pfeilen können wir dann den Balken bewegen, je nachdem in welche Richtung wir möchten. Und können ihn dann hier einmal so bestätigen. Das ist aber auch nicht ganz das, was ich möchte. Obwohl es sehr präzise ist, möchte ich trotzdem genau die Mitte hier treffen. Und dafür benutze ich einen kleinen Trick, den ich euch jetzt auch zeigen werde. Dafür brechen wir das hier erstmal ab. Löschen hier den Balken aus der Suchleiste. Und gehen auf Dächer und Böden. Und dann auf Flachdächer und Böden. Jetzt nehmen wir uns eins dieser Flachdächer. Welches davon ist relativ unwichtig. Hauptsache es ist wirklich eins der dünnen und nicht hier eins der dicken. So ein Stück raus. Gehen hier an der Seite auf die Rasterhöhe. Und drehen die auf Null. Jetzt können wir den Boden hier in ganz 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 kleinen Stücken hoch und runter bewegen. Wir bewegen ihn jetzt so runter, dass er quasi eben mit dem Boden aufliegt. Und nur ein Stück raus guckt. Und bestätigen natürlich das Ganze wieder mit Klicken der linken Maustaste. Im nächsten Schritt holen wir uns dann unseren Balken wieder. Da haben wir ihn auch schon. Boah, ist er? Da. Er ist sogar noch braun. Sehr schön. Und was wir jetzt tun ist, wir benutzen diese Bodenplatte, um den Balken perfekt mittig an ihr auszurichten. Um das zu machen, gehen wir hier auf Positionsausrichtung und machen die einmal an. Und was jetzt passiert ist, dass sobald wir mit diesem Balken die Bodenplatte berühren, rastet der direkt in der Mitte ein, wie ihr hier sehen könnt. Und das ist einfach super, super praktisch, weil so haben wir automatisch den Balken perfekt mittig. Das Ganze bestätigen wir jetzt natürlich. Und im nächsten Schritt wählen wir den Balken aus und die Bodenplatte. Und gehen hier einmal auf die Rastergröße und drehen die auf zwei runter. Als nächstes duplizieren wir das Ganze wieder mit STRG D und bewegen es dann einfach und setzen es hier ab. Und schon haben wir einen Balken, der wirklich perfekt in der Mitte zwischen den beiden Fenstern gelegen ist. Das Ganze könnten wir jetzt wiederholen, hätte ich das nicht abgewählt. Deswegen müssen wir alles nochmal neu auswählen, zumindest den Balken und die Bodenplatte. Ich möchte sie aber beide nicht anklicken, sondern halte einfach die linke Maustaste gedrückt und ziehe eine Auswahl. Wieder STRG und D, um das Ganze zu kopieren und einmal hier zu platzieren. Die Bodenplatten können wir jetzt löschen. Jetzt haben wir einen perfekten Balken hier an der Kante und einmal in der Mitte zwischen den Fenstern. Den wählen wir jetzt wieder aus und drücken STRG und X. Was das macht, ist, es kopiert den Balken und springt sofort in das Gizmo. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir hier ziehen, den Balken perfekt ausgerichtet, auf derselben Höhe und so weiter. Nur haben wir ihn jetzt einmal kopiert. Das Ganze ziehen wir jetzt hier ran, bis wir am Fenster sind, bestätigen das Ganze mal. Und ziehen den Balken weiter hier auf die andere Seite. Jetzt wählen wir einmal den Eckbalken aus, drücken wieder STRG und X und noch einmal X. Und hier kommen wir dann in das Rotationstool des Gizmos. Was wirklich sehr hilfreich ist, weil jetzt können wir einfach den Balken hier runter rotieren. Wir drücken noch einmal X, damit kommen wir wieder auf die Pfeile und ziehen den Balken hier hoch. Und schon haben wir den auf der perfekten Höhe. Wir bestätigen das Ganze, ziehen ihn dann hier runter wieder, sodass wir quasi das Fenster einmal einrahmen. Dafür ziehen wir den Balken jetzt nochmal runter unter das Fensterbrett und platzieren ihn dort auch. Sehr schön. Als nächstes schnappen wir uns eine Planke. Dafür löschen wir natürlich das BAL für Balken und suchen die Planke hier. Wir brauchen das Ganze erst gar nicht versuchen, über ein Stichwort zu suchen, denn es gibt so viele verschiedene Planken im Spiel. Da finden wir erstmal nichts. Unter der Benutzung des gerade gelernten Gizmos ziehen wir die dann hier hin, sodass wir ein Stück weit die Wandverkleidung hier einfach mal haben. Ich ziehe das hier so ein Stückchen raus. Dann schnappen wir uns die beiden und drücken die so ein Stück rein. Ja, das passt mir schon ganz gut. Und dann nehmen wir diesen Balken und schließen das hier einmal ab. Wenn wir das haben, nehmen wir uns mal wieder unsere Bodenplatte hier. Und dieses Mal nehmen wir ein 2 Meter Balken, rasten den hier ein. Selektieren wieder beides. Gehen auf die Rastergröße von 2 Meter, sodass wir das hier mittig dazu schieben können. Und dann nehmen wir einmal den Balken und schieben ihn hier hoch. Ihr merkt schon, ich versuche hier so ein bisschen das Tempo anzuziehen, einfach weil das jetzt Schritte sind, die wir sowieso schon kennen. Die brauche ich nicht nochmal wiederholen. Den ganzen schieben wir dann hier wieder so ein Stückchen rein, dass es unter dieser Verkleidung liegt. Wunderbar. Als nächstes wieder STRG und X und dann wieder X, dass wir hier in das richtige Menü kommen. Denn ich möchte dieses Mal, nein das ist falsch rum, möchte ich den Balken quasi hier einmal diagonal durchlaufen lassen. Was machen wir? Den bringen wir hier einmal in Position, so müsste das ungefähr hinkommen. Und dann lösen wir die Winkelausrichtung. Denkt dran, das ist die Leertaste. Und bringen das hier in Position, dass es so halbwegs mittig ist, beziehungsweise diagonal ist. Sehr schön. Dann bringen wir das hier auch nochmal ein Stück zurück, einfach um so ein bisschen Tiefe in das Ganze zu bringen. Stetigen das Ganze. Und jetzt gehen wir hier von der relativen Achse auf die Weltachse. Das ist dieses Symbol hier oben. Und wie ihr seht, damit sind wir hier wieder auf der richtigen Achse. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn ihr das Gebäude im rechten Winkel zur Weltachse gebaut habt. Wenn ihr auf einen anderen Winkel gebaut habt, ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Dann gehen wir wieder ins Rotationstool und drehen das Ganze um. Wir vergessen natürlich nicht die Leertaste zu drücken, sodass wir wieder in der Winkelausrichtung sind. Und dann ziehen wir das hier rüber, sodass wir das wieder perfekt in der Ecke haben und bestätigen das. Und schon haben wir hier den ersten Teil vom Erdgeschoss der Wand fertiggestellt. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist wieder hier unsere Decke benutzen, die einmal auswählen. Und dann jedes Stück, was wir hier gerade gebaut haben, einmal auszuwählen. So, den rechten Eckbalken lasse ich weg. Den haben wir nämlich ja hier schon. Das Ganze gehen wir dann auf STRG und D zum Kopieren. Und dann kopieren wir das hier fleißig einmal um das Gebäude rum. Mehr ist es eigentlich nicht. Da ist sehr, sehr viel. Gerade einfach nur Kopieren dabei. Ich weiß, es hat in der Vorbereitung alles ein bisschen länger gedauert. Aber dafür ist es jetzt umso schneller. Was wir jetzt machen, wir brauchen hier noch einen Balken. Wählen wir wieder die Bodenplatte aus und einmal diesen Balken und ziehen das hier einmal rüber. Und jetzt haben wir natürlich hier an der Tür einmal das Problem, dass es nicht so ganz passt, wie es eigentlich sein sollte. Aber das können wir relativ einfach beheben, indem wir den hier einmal löschen. Dann selektieren wir wieder diesen Balken und ziehen den hier rüber, dass er an der Tür dran ist. Und ziehen ihn hier einfach einmal runter. Das gleiche machen wir hier auf der Seite. Achten, dass es so ein bisschen rüber liegt. Und dann haben wir das. Die Bodenplatten können wir jetzt wieder löschen. Und schon haben wir das Erdgeschoss zumindest von dem einen Teil des Gebäudes fertig. Weil ich für den Rest des Gebäudes eigentlich genau die gleichen Methoden und Techniken verwenden werde, wie ich euch gerade gezeigt habe, würde ich sagen, schone ich eure Zeit und Nerven und natürlich auch meine Stimme. Und gehe jetzt hier erstmal kurz in eine Timelapse. Danach sehen wir uns wieder, wo ich euch zeige, wie ich das Dach verschiebe, obwohl es ein Rasterobjekt ist. Also bis gleich. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, da sind wir auch schon wieder und wie ihr hier seht, unser kleines Fachwerkhaus ist quasi schon fertig. Das einzige, was uns noch fehlt, ist ein bisschen das Dach aufzuhübschen. Das sieht gerade sehr standardmäßig und kahl aus. Und ich würde sagen, damit beginnen wir auch sofort, indem wir hier auf Dächer und Böden gehen und dann hier auf Dachzielleisten. Dort wählen wir die Schieferdachzielleiste aus und wir achten darauf, dass der richtige Neigungswinkel ausgewählt ist. Der ist bei mir hier vier Meter. Als nächstes platzieren wir die hier einfach an der Seite der Dächer. Das machen wir auf allen Seiten des Dachs. So, hier oben auch nochmal. Das kopieren wir einfach einmal. Dann brauchen wir die nicht nochmal positionieren. Und im nächsten Schritt wählen wir hier die komplette linke Seite, beziehungsweise jetzt in dem Fall die rechte Seite einmal aus. Des Dachs und sobald wir das haben, gehen wir hier oben im Auswahlmenü auf Auswahl von der Gruppe trennen. Sobald wir die gedrückt haben, besteht dieses Dach aus einer eigenen Gruppe. Der Nachteil daran ist, es gehört vom Prinzip nicht mehr zum Gebäude dazu. Der Vorteil ist, wir können jetzt hier einfach unser Gizmo benutzen, um die hin und her zu schieben. Ich würde sagen, das machen wir hier so ungefähr zweieinhalb Kacheln breit und ziehen die auch noch ein kleines Stückchen hoch. Bestätigen das Ganze wieder. Jetzt, wie ihr seht, haben wir hier eine kleine Lücke. Die füllen wir einfach wieder auf, indem wir hier nochmal die Dachzielleiste rankopieren. Und auch hier an diese Stelle, die trennen wir auch wieder von der Gruppe und verschieben die hier rein, dass sie wieder bündig mit den Balken ist. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier so ein leichtes Flackern der Textur am Dach. Das nennen wir Sea Fighting. Das können wir aber relativ einfach beheben, indem wir hier die Dachzielleiste einmal hoch und runter bewegen. Und ein kleines Stück versetzen. Das gleiche Spiel machen wir jetzt hier auch mit dem Dach vom anderen Teil des Gebäudes. Dann trennen wir es wieder von der Gruppe. Ziehen das ein Stück rüber. So, wunderbar. Dann wählen wir hier wieder ein Teil aus. Das haben wir hier ein bisschen ausverklickt. Machen wir das einfach hier an der Stelle. Das ist auch kein Problem. Kopieren das rüber. Trennen das wieder von der Gruppe. Und schieben das an die gewünschte Stelle. Achten wieder auf Sea Fighting. Und damit sind wir fertig. Vom Prinzip sind wir jetzt auch schon fertig mit dem Gebäude. Das einzige, was ich jetzt noch machen würde, ist das Dach mit einer Balkenkonstruktion zu umrahmen. Ihr wisst aber inzwischen, wie das geht. Deswegen brauche ich euch das nicht nochmal zeigen. Wir gucken uns jetzt hier nochmal ein paar Cinematic Shots vom fertigen Gebäude an. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen und dir hat das Video geholfen. Falls du noch Fragen zum Bau von Gebäuden hast oder vielleicht sogar noch den ein oder anderen nützlichen Tipp, schreib es mir in die Kommentare. Und wie immer gilt, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du noch mehr News und Updates, Let's Plays, Tutorials und mehr zu Planet Zoo willst, abonnier den Kanal, aktivier die Notifications, sodass du in Zukunft kein Video mehr verpasst. Ich bin Sean, du findest mich auf Twitter unter at seanmcbeard. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Bye.